Ein Piano ist an der Stoff, das nicht außergewöhnlich ist. Aber in fünf Metern gibt es Urschl, das ein ganz erstaunliches Bild spielt. Ein Ungewöhnlich, als auch der weiß, wie das Instrument, das zum Mutfort am Herrn Sterni singt, im Living-State genutzt wird. Nicht nur für klassische Kirchenmusik zu spielen, sondern auch für einen CD von einem Musiker aus Philadelphia zu holen. Das wird neu verwendet sein. Mit Frieden wird die Familie Sterni immer mehr im Album von ihrem Urschlbau. Zusammen mit dem, das Instrument an England gebaut wird. Auch für hier bleibt es ein außergewöhnlicher Auftrag. Bei der EU erbesteuert die Kosten für die 192 Pfeifen, siebenzige Register, Wandleitungen, die mechanische Struktur an das historische Gehäuse hineinzusetzen, das übrigens auch eine historische Kapelle an England stemmt. Der Rest ist auch ein Mischung aus englischem Material, das kombiniert mit Teilen von der Hausurschl, die dem Albert Leblanc, früher im Organismus an unser Kathedrall gehäert wird. Der Rest sind Pfeifen von der Erlach-Urschl, die 1883 aus einer englischen Kapelle stemmt. Die Pfeifen sind integriert nach an der Urschlmatt dran. Die sind dann mit den Leblancs Pfeifen, wie gesagt, mit den Pfeifen, die man konnte von Sängerhauswäschl gebrauchen, sind die zusammen kombiniert, die, wie gesagt, dann für eben harmonisch große Summen zu klingen hat. Dass ein Mann extra aus Philadelphia ugeräst kommt, für ein CD bei Tennis durch ihn abzuhellen, kann auch Stütze schmärchen. Wer der Paul Fechko wohl heutzutage bewegt wird, der früher mal bei Maurice Béger an der noch bei der Ballet de Lyon musikalisch aktiv ist, erklärt sich für ihn einfach von ihm selbst. Wir haben Freunde, so wie gesagt. Es gibt ein paar Jahre, vielleicht sechs oder sieben Jahre, vielleicht sogar noch mehr, eine Person hat mir eine 15-jährige Klingel gemacht. Das ist eine Errein. Normalerweise, wenn ich die Klingel auf meinem Website oder in den Lettren, es sind zwei oder drei, so wie gesagt. Ich habe gesagt, diese Person, ich muss mich treffen. Wir machen so wie gesagt. Und dann, ich weiß sie vor dem Haus und vor dem Weg, und er hat gesagt, ich habe das Projekt mit einem Ort in der Maison. Ich habe gesagt, das ist eine Chance. Voilà, und jetzt sind wir Freunde, ich passe das mit ihnen. Es ist gut, es ist ein schönes Land. Ich liebe es. Zentrieren Familie Ternik-Kent, weil der Paul Fechko CD produziert mit dieser Kompositionen, die auf Urschle von Dittling bis zum ersten Mal abgeholt haben. Er hat eine andere von einer Abnahme an der Kathedrale. An dem Haus her bastelt die Verdäme zweiter und Urschleusmarketten. Für all denen ein Alternativ liefert die Lerloch, der Bank ist in Urschle-Kruten, aber nicht in die Niedersplätze für sie ein Nutzen bringen. Anja, der Felix überhüllt das noch Zeit für die Finanzinformationen. überhüllt das wieder ein Problem. Der Felix überhüllt das noch Zeit. aber nicht in die Niedersplätze für sie ein Nutzen bringen. Also, wenn ich maximal in der Zwitschleute die Niedersplätze benötige, eine Niedersplätze für sie ein Problem ist,